hallo und herzlich willkommen zu einem neuen roblox video hier auf dem kanal mit dem leon hallo hallo willkommen so du hast schon gute pads und so sachen wir spielen den armwrestler simulator und wir müssen scheinbar stärker werden muss man hier das machen noch nicht gehen wir mal bei codes und dann gib mal den code n o b nein n o b so dass du ein freeze bin jetzt drückst du mal tab und siehst da oben dieses glücksrad da hast du da wird das verdeckt gerade dein tab also drück mal tab und da oben genau und jetzt spinnen du hast drei spins vielleicht bekommst du es ja es sind 20 prozent 20 ich habe nochmals bin bekommen ja du hast drei spins gehabt ich habe jetzt viel ich habe jetzt vier spins einmal kann es noch nein jetzt drückst du jetzt drückst auf pets also auf haustiere dann drückst du auf equip best oder equip und dann kommst du dann gehst du hier hin und öffnest das drei mal als mit e pink flamingo aufklicken aufklicken und klickst auf equip best ja der ist schlecht am anfang jetzt kannst du oben auf x klicken und jetzt kannst du drücken jetzt kannst du drücken so er ist schon ein bisschen erfahrene natürlich mit roblox gehen und e gedrückt und jetzt musst du kurz klicken aber der ist schlecht dass du einen win das starter paket kannst du dir auch wollen die petten gut die du da bekommst und clean gift ist noch hier da bekommst du stärke und und mit den und drücken auf rebirth ok du brauchst 25 wins dann kannst du jetzt mal bei auto train da siehst du ja auto train und da kannst du jetzt mal auf biceps machen und in der zeit guckst du dich mal ein bisschen war das kostet ganz kurz da gehst du hierhin stellt sich in den kreis sein und dann equipst du das ganz unten die 100 kilo oder warte 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 jetzt die 50 kilo das letzte das beste ich suchte mal ganz kurz noch den speziellen code raus da bekommst du drei verbürfst aber es ist besser die handle ist viel größer jetzt kannst du schon mal bei 100.000 triple strange habe ich jetzt cool also so ein tycoon spiel ist natürlich toll könntest du den mafiaboss probieren ja schaffe ich das ist wie bei gate für san andreas und jetzt drückst du auf rebirth wieder auf rebirth und jetzt rebirth okay und jetzt klickst du noch mal ein bisschen also musst du erstmal eine handel ausrüsten und da vorne bei biceps bei der handel links hat die beste ausrüsten jetzt kann es noch ein bisschen das kann ich nehmen so sehr schön toll spiel macht spaß werden aber auch immer besser diese tycoon spiel ganz kurz sagen wie viel stärke das ganze petter 57 dann probiere ich mal ganz kurz aber 64 kann ich mir da schon etwas so in einer keine keine eröffnet wenn du eröffnet dann bitte dich hier hinten bei diesen gerade die besten eier aus der ersten region und kosten auch nur ein win bitte bitte das x ausmachen bitte das x ausmachen wenn du das pet nämlich ziehst hast du ja ja ich habe sie ich bin auch nur draufgekommen warte mal ich glaube mit 200.000 kannst du sogar schon den champion versuchen zu besuchen naja der champion braucht 400.000 okay ich tue jetzt mal ein paar pets so ein immer plump flamingo jetzt habe ich vorher doch epic bekommen nein nicht epic legendary ich will oh nein 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 komm 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 mal kurz komm jetzt komm jetzt zu mir 105 Baby. Oh, mal 105. Aber die wachsen, also die werden nicht mehr zu Babys. Warte, die kannst du... Geh mal auf Craft, äh Craft All. Noch mal auf Pets gehen. Dann auf Craft All. So, und jetzt gehst du noch mal auf Equip Best. Jetzt, jetzt sind sie ein bisschen weiterentwickelt. Legendary Baby Beak. Der ist Beak geworden. Ja, der andere ist auch Beak. Von mir aus kannst du dir, wenn du auch möchtest, kannst du dir das Starterpaket kaufen. Warte, geh mal drauf, geh da mal drauf. Ich zeig dir auch, was du da alles hast. Wo? Oben, da, nein, 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 nein. Da ist 75% auf Starterpaket. 51 Minuten. Über Codes. Genau. Da bekommst du Golden Egg. Golden Egg war welches? Golden Egg, Golden Egg, Golden Egg. Auf jeden Fall bekommst du 500 Wins. Die 500 Wins kosten normalerweise weiß ich gerade. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Statt 569 zahlst du nur 79, äh 79, genau. Du kriegst noch 5 Elektro-Pets. Ja, aber wenn's jetzt noch nicht nötig ist, mach ich das nicht. Die Elektro-Pets sind gut. Ja. Weil du hast nur noch 51 Minuten Zeit. So, jetzt kannst du wieder auf Claim Gift gehen. Und jetzt kriegst du ein Ei. Aber das Ei ist, das Ei ist schlecht. Aber ein Power Guy, der ist nicht stärker. Du könntest schon versuchen, den Champion hier zu besiegen. Kann man nicht rennen. Haha, ich bin nicht in dem dringend. Nein, nein. Naki, da ist noch ein bisschen schlechter. Meine Güte, so schnell klicken kann ich auch nicht. Du musst noch ein bisschen trainieren. Ja genau, den kannst du schon ein bisschen fetzen. Ja, den kann ich locker besiegen, aber der andere nicht. So, wunderbar. Warte, jetzt musst du dir wieder ein paar Handeln Equipen. Warte mal. Equip mal die hier hinten. Die letzte hier. Weiß nicht, ob die besser ist. Warte, klick mal. 9000. Jetzt gehen wir hier. Equip mal hier die beste. 9000. Okay, ist eigentlich gleich. Lieber die kleine. Handstrange. Kann ich auch. Warte mal hier. Das gibt am meisten. Das kleine. 603. Klopfen. Das hier benutzen. Guck mal, du hast 500.000, komm mal mit. Jetzt kannst du den. den Boss hier klatschen. Jetzt kannst du den. Sehr gut. Wie das schnell geht. Ah, claim Gift. Ja, es ist nur 100. Knuckle stärker. Geh mal ein bisschen weg. Ja gut, kannst du natürlich. Ja okay, kannst du dann natürlich auch noch mal. Bisschen trainieren. Also hier, warte. Auf Auto zu. Auto train. Oder auf Knuckle. Genau. Und jetzt trainierst du Knuckle ein bisschen. Oh nein, ich darf dich abreden. Haha. Wenn noch geklickt wurde. Ja. Guck mal, ich kann den hier benutzen. Ja. Ah, mit Stacheln dran. Ist ja auch gut. Ich kann den hier benutzen. Ne, gleich. Stahlhandel. Eilenfist. Weisst du. Du bist einfach mal Eilenfist. Das war ein cooler Held. Aber der war irgendwie nicht so beliebt. Hab ich irgendwie das Gefühl. Ich glaube, du könntest nochmal versuchen. Die Serie. Warte. Warte, bis du eine Million hast. Und dann kannst du den Boss nochmal platzen. Hm. Wie heißt die Serie, wo Eilenfist mitgemacht hat? Keine Ahnung. Die kam 2016 bei Netflix. Ich weiß. Ich weiß. Mit, mit Ding da, die er noch dazu hat. Und Jessica ähm. So, jetzt kannst du den Boss. Jetzt kannst du nochmal den Boss versuchen. Okay? So. Komm mal, Alter. Nicht so eine beliebte Serie. Ja, ich hab's. Ich weiß gar nicht, wie viele Wins der jetzt gibt. Oh, 625. Warte, du brauchst. Du musst ihn jetzt. Warte, jetzt geh mal auf. Jetzt geh mal auf. Jetzt geh mal auf. Jetzt geh mal auf Autofight. Und dann auf Champion. Genau. Und jetzt musst du nicht klicken. Jetzt musst du nicht klicken. Der klickt von alleine. Sehr gut. Das ist auch schön. Das ist angenehm in diesem Spiel. Das muss ja auch nicht alles payten. Und jetzt musst du warten, weil du brauchst 15.000 Siege. Mhm. Um in die nächste Welt zu kommen. Gut. Jo. Andere Let's Player würden jetzt schneiden. Aber ich kann ja nicht schneiden ohne Programm, das gut läuft. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Programm. Ich kann sicher auch bezahlen. Du kannst mir das Video checken. Okay, dann schneide ich mir dann das Video schneiden. Also schneiden lassen von dir. Und wir reden halt immer, oder? Ja. Muss ja nicht unbedingt viel schneiden sonst. Ja. Hier hast du die Houtleiter noch. Ja. 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 Ich auch nacheinander. Ja. Ja. Was ist das Event unten rechts? Was? Event? Ach unten? Nein. Das ist Freundesbuch. Oh. Das weiß ich auch nicht. Wobei ich Advanced 보고 rapportieren kann, was ich sagen wollte. ok 9.559 aus 15.000 ich habe eine million unten stehen die hälfte ein bisschen weniger als die hälfte aber oben habe ich keine 1 million aber bicep power es ist nur der bicep der arbeit im armen drücken die anderen sachen nicht so gleich hast du ja 15.000 da kommst du bist du in der neuen welt da musst du auch erst so noch dreimal ungefähr da könnte dann eher seicht sein gut hab ich ok china komm ich schon mal in die region gewusst ja dann musst du autofight klicken nein ich muss noch gewinnen ich muss noch gewinnen und selber machen so jetzt haben wir weg ja jetzt jetzt gehst du nach hinten gehen da da escape school so warte mal der erste für den ersten brauchst du 6 millionen hm dann drehst du dich mal um und machst oder gehst wieder auf autotrain und dann knacke knacke ja da wird auch noch ein bisschen tms denn jetzt kannst du aufs andere gehen also autotrain und nacki wieder was nacki wieder autotrain nacki nacki So. Also eine Million und jetzt mal nochmals kämpfen. Warte mal. Nee, den kriegst du noch nicht. Den kriegst du noch nicht. Refresh. Dafür brauchst du Rebirths. Can only have one Enchantment Puppet. Okay. Ich hab gerebirthed. Ich hab... ...zwei Rebirths noch. So, kann ich noch mehr machen? Rebirth, 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 Rebirth. So, und jetzt muss ich den... Wo bist du hin? Ich bin in der anderen Welt. Oh, der ist zu stark. Den schaff ich nicht. Also, dann mach ich nochmals bisschen aber selber. Aber du, Liebe. Du musst wieder hier anfangen. Aha, ja. Also ich muss zuerst wieder groß werden. Stark werden. Hm. Es war so ein Fehler zu Liebe. Die Pets wurden größer. Ich kann mal kurz schauen, was die Pets sagen. Mit... Baby, Baby, Big. Ah, sie sind immer noch gleich. Das muss ich da hier. Ich hab so ein Scheißhaustier. Ähm, Auto 2. Nein. Pets. Kraft all. Big, Baby, Big. Big, Baby, Big. Immer noch Baby, Baby, Big. Baby, Big, Baby. Hm. Und das Bicep dafür zuständig, wie stark ich bin, da muss ich da hinnehmen. Na, das ist egal, es zählt ja alles zusammen. Es zählt alles. Ja, aber lieber das noch ein bisschen hoch machen. Weil die andere habe ich auch schon. Ich bin ja bei einer Million. Und Rebirth braucht. Wenn es... Okay. 10.000 wenn es... Hm. Gut. Hunt Strange. Strange Hunt. Und am Samstag bin ich in Luzern. Aber wenn ich... Da kommst du für ein Update. Ja. Da darfst du nicht gehen. Ja, aber ich werde das einfach dann später hochladen. Direkt nach der Aufnahme, wenn ich wieder da... Ich kann es ja... Ich kann es ja auch wirklich schon mal spielen. Ja. Ich freu mich. Mhm. Haha. Da lese ich aber den Zeiger, wie der da auf konnte machen. Leute, das ist jetzt ein Like und ein Abo da, wenn Drago sich das Startup-Paket holen soll. Ich habe nur 79 Robux. Es lohnt sich. Statt... Statt 600... Statt 600 Robux zahlt ihr nur 79. Seht ihr, ihr seht nie Werbung und jetzt macht einfach Leon als mein Gast Werbung für mich. Heieiei. Heiei. Heiei. Ich habe 2 Millionen Bits der Power. Ich bin der Stärkste. Guck dir mal meine... Guck dir mal meine Power an. Und tap. Schlagen. Schlagen ist besser. Immer schön volles Punkt aufs Maul. Wer kennt Code Gotik oder Gotik 2? Sicher war Leon nicht. Der will so gute Spiele ja nicht spielen. Gute Spiele? Gute Spiele spielen. Ja, sind auch gut. Ja, ich glaube. Ja, du brauchst dir neue Spiele oder Gutham-Karten oder was? Ja, bei Steam und bei Instant Gaming ist das ganz günstig. Gut, ganz... Und den Spielen. Natürlich mit meinem Link in der Infobox draufklicken, Sachen kaufen, fertig. Mach ich extra nicht ein. Ach, Mann. Nein. Nein. Was habe ich dir getan? Nur über Discord, FIFA. Kommt auf meinen Discord-Server, den ich in der Bio. Also, ich tue den Link reinstellen, aber schreibe unten drunter. Bitte nicht viel zu viele Ideen geben. Lieber diesen Spende-Link anklicken, bekommt ihr mehr. Was bekommt man da gar nichts? Bei mir bekommt man wenig. Wenn in mir gespendet wird, dann gebe ich es aus und bekommen sie sogar noch viel bessere Sachen zu sehen. Oh, wow. Dürfen auch besser mitspielen als und dann muss ich Leon ja nicht mehr haben, wo immer Werbung macht. Na, das ist einfach anfänglich, die Zuschauer sind viel besser. Kaufen. Ja, ja. Schätzverlein. Kaufen. Kaufen. Kauft jeder Starter-Pack. Kauft jeder Starter-Pack. Kauft jeder Starter-Pack. Kaufen. Kaufen. Ich habe einen Server für Lamper Tycoon geholt. Das war mega teuer. Oh, guck mal. Das müssen wir auch noch spielen. Das kommt wahrscheinlich beim zweiten Roblox-Part. Ähm, ja. Aber ich habe ja schon viel gelineistreamt und ich muss halt auch schauen, was für Spiele euch interessieren und so. Ich dürfte gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich bin einfach der Stärkste. Ich habe heute 10.000. Nur? Nur? Ach, von meinem Start ist das doch gut. Und? Ich glaube 17b. Und? Interessieren mir deine Werte? Ja. Ist gar nichts. Ich bin stärker als der erste, der Scrap-Trader. Ich won't hitze den ersten. Der Schrott-Handle. Ich won't hitze den ersten. Das stimmt. Ja, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn du möchtest, kann ich jetzt auch mit bleibt zweit und mit einem anderen Account nochmal anfangen. Ich muss, ich muss nochmals gegen ihn campen. Ich wette sogar mit dir, wenn ich auf dem anderen Account anfange, dass ich besser bin als du. Ja und? Weißt du, mir das egal ist? Du kannst bei mir flexen, wie du willst. Leute, benutzt mein Code. Hör auf, sonst mute ich dich. Mann, was hab ich dir getan? Rache. Rache, ja. Vor allem Rache. CyberCop geht wahrscheinlich noch nicht. Hm. Aber ich bin amüsiert von diesem Game. Es macht Spaß. Jetzt machen wir bis 1 Minute 25 da rechts. Machen wir das Autokampf. Dann holen wir das Geschenk und dann nehmen wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Es hat ja am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Hm. Das Spiel kann nicht nach einfach. Ich hab jetzt schon wieder eine Milliarde. Wow. Die spielst du aber schon wahrscheinlich ein paar Tage. Ein paar Tage? Ja, okay. Heute einfach viel länger. Du hast mir nichts gesagt. Ich dachte, du bist mit mir... Du siehst da ja an der Seite dieses Event. Also Event Ausrufezeichen. Event Eier. Davon hab ich ein Video gemacht, wo ich 15.000 Stück davon geöffnet habe. Und wie hast du die bekommen? 250 Euro kosten 10.000 Robux. Aha. Ein Spaß. Man kann die sich auch so erspielen. Und wie? Äh, zum Beispiel den Ripperdog besiegen. Ist der zweitbeste aus der Area, wo du gerade bist. Mhm. Oder ein Strandboss. Also Strandboss ist die Area, wo ich gerade bin. Sollen wir mal kurz schauen. 24 Minuten. Okay, sehr gut. So. Leute, das ist mit dem ersten etwas. Okay, das kleine Gift ist ready. Mach, äh, mach du dann... Schickst du mir irgendwie Dings... ... die Videodatei per E-Mail, oder? Äh, das geht ja gar nicht, oder? Ich glaube... Über Discord weiß ich nicht, weil ich Poplar hat. Nein, ich denke, ich würde das Video so hochladen. Und die Leute dürfen gerne da ein bisschen überspulen, wenn es ihnen nicht interessiert. Wenn es zu langweilig ist. Das Training und so gehört auch dazu. So eine Frechheit, ich darf nicht dazu in den Videos bezahlen. Das ist doch nur für VIPs. Da darf nur ich trainieren. Okay... Nein, 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 nein... Na, 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 na... Yeah! Ich hab 10.000. Wenn ich auf Invert gehe, kann ich da alle Freunde... mit und auch der andere kann ist zwar der scroll ein stück runter scroll da manche runter ich hab vorher bis eigentlich nur mit schwarzen patronen befreundeten roblox wahrscheinlich schon der afus gehen aber ich weiß nicht was schwarze patronen immer genommen hat ich glaube da hat mehrere accounts gehabt schwarze patronen hat desinfektionsmittel getrunken so sag ich chat ja was auch immer dumpels ok und trails für siege ich hab das ich hab chanke ich hab chanke ich hab das beste für 225 ich hab 47 du kannst du kannst du kannst das ja auch kaufen ja ich dachte nur weil aktiv muss ich ehrlich drauf drücken die werden gar nicht ausgeworfen wie lange gegen das nein du brauchst mehrere von der gleichen sort hat es leute das war's mit dem ersten part vom arm wrestle simulator hoffentlich hat euch gefallen dass ein like und ein abo da und schreibt in die kommentare ob die mehrere folgen sehen wollte oder andere spiele ja jaja ja Tja, tja, tja.